Ja, euch, meinen letzten ehemaligen und meinen letzten Altlasten über Jahre, gratuliere ich euch allen herzlich zum Abitur. Von 97 Abiturienten hatte ich dieses Jahr 42. Alle übrigen hatte ich fast jahrelang, zum Teil in zwei Fächern. Ich kenne euch gut. Weiß Gott, dass ich euch mitnehme in meinen Vorwohlstand, das ist gewiss. Ihr bleibt mir erhalten. Eure verbreitete Herzlichkeit, eure durchgängige Höflichkeit und Freundlichkeit waren mir ein Fest. Altes Herz wird wieder neu. Alles Gute. Adieu. Ich habe nun nach Mathematik, Geschichte und Biologie und leider auch noch die Physik. Durchaus studiert mit heißen Gemünen. Doch stehe ich nun, ich armer Thor. Und bin so klug als wie zuvor. Und bin so klug als wie zuvor. Ich habe nun nach golden age. Untertitelung des ZDF, 2020